so jetzt sind wir endlich vereint die besichtigungen sind durch jetzt sind wir wieder in unserem hotel hallo wie gefällt dir das auto gibt es auch so ein auto was hat das für ein motor ist gerade mitgefahren wir hatte ich das auto geflasht 1 bis 10 10.000 wenn jetzt ein typ mit dem auto ankommen würde den du nicht kennst ja und der dir sagen würde was geht mal dein nummer und so was willst du antworten aus der welt sagt hier aus dem fenster raus willst du nicht einsteigen wofür bin fahrt die so ein auto hat würdest du nicht einsteigen doch nicht abchecken lassen abschleppen lassen ja aber der will sich abschleppen abschleppen denn ich fahre die mit meinem pfeffer hast du immer für verspricht dabei ja der watt edition red bull kokos wende die sind kaputt ich bin fit ich muss essen wir müssen essen ich habe gegessen was hast du gegessen ich habe so diese baguette mit so diese fischstäbchen bei diese free nie keine ahnung was fischladen die sonja ist nicht mal hier junge die sonja ist auch immer noch am sonja allerdings schlafen warte ich will das oder dem auto ein namen soll ich prinzessin das ist ein huder spaß spaß warte namen an spitzname meinst du das auto was musste für ein namen haben baby nein ein eigenen namen was einige namen einen eigenen namen so wie white edition ja denk guck ihnen die es man überleg mal süße jungsnamen sag mal ein süße jungsnamen abdelkader ibn kharuf jaman al-dine al-bahri SNK abdelkader abdelkader kenst du das video abdelkader bla so hast du jetzt einen namen warte nochmal fang nach nomad ach du jetzt einen namen für das geile auto ja warte abdelkader bla abdelkader bla für diesen Biest. Ja, äh, Abdur Qadir Wat-Edition. Nein, Abdur Rahim Black Edition. Okay, noch mal, noch mal. Ach, scheiß drauf, Digger. Hast du jetzt einen Namen für diesen Biest? Warte, ja, noch mal. Hast du jetzt einen Namen für diesen Biest? Ja, Abdur Qadir Wat-Edition. Ja, man, Kadir, ist zu ****. Huda, ich sag dir ehrlich, dieses Video geht wieder vier Minuten Versprechen von Huda. Aber ich sag, ich sag. Abdur Rahim. Ah, Abdur Rahim Wat-Edition Black. Warum White? Das ist Black. Nochmal. Weiß ich was? Wie heißt jetzt das Auto? Abdur Rahim Wete Back. Wete Back. Wete Back. Echt, ich drücke es so. Ich kann nicht schlafen, weil ich eine Metallplatte habe. Was heißt das? Ich habe keine Metallplatte. Platte. Platte. O Plomo. Normal. Ich habe wieder operiert und seitdem ich schlafe wie ein, so habe ich keine Ahnung. Eine Metallplatte. Platte ... Platte ... Platte ... Platt. Platte, Platt ... 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 Platt. Ok, Amigos. Qu'ne ... Stache ... Was ... Hab ich gesehen? Mit einer Hand, Leute. Kann verschwörden. Drei Monate Training und dann wie wir aussehen? Wie Kelly Jenner ... Model Supermodel. Du weißt am, was dedicated. Arsch, guck, guck. Komm, essen es da. Ich hab' das Schmack. Ohhhhh. Einmal. Ich hab' eure Beilagen. Mach' doch was mit. Ist nicht dieses sexy Hinschub? Ist nicht sexy Hinschub? Nein, wir haben umgestellt. Was sagst du? Komm, erzähl' mal, was mit deinem Handy gerade passiert. Diese kleine Huch... Guck, drei Nummern, vier. Die rufen mich die ganze Zeit an. Ich kann nicht nur mal telefonieren. In der Bahn. Ich muss immer Flugmodus machen. Also, die gehen dir auf den Sack? Ach, was? Wo haben sie deine Nummer? Keine Ahnung, Klassenchat. Leute, die geben weiter für Fuffi. Willst du eine neue Handynummer? Ich erklär das. Ja? Die haben alle Crush auf dich. Das geht doch gar nicht, Mann. Was wollen die alle von dir? Ich will auch so Deutsch sprechen, so Baba-Deutsch. Ich muss noch zwei Jahre Deutschkurs machen. Ich muss auf jeden Fall, ich melde mich. Weil ich rede wie ein... Geht nicht, wie ich rede. Aber das macht dich doch gerade süß, wie du redest. Warum lieben dich doch, darum feiern dich doch die Leute. Ach so, meinst du meine Zuschauer? Ja. Ja, ja. Du kommst schon mit. Mein Flow, so mein Gedächtnis wie Stücke. Das ist Baba bei mir. Ja? Ja, normal. Normal! Sonja ist hier. Die sucht dich. Komm mal her. Was sucht mich hier? Ich hasse diese Jungen. Ich bin hier alte Opa. Wo ist das, Junge? Alte Opa? Alte Oma musst du kommen. Was geht? Alte Oma. Alte Oma, nicht alte Opa. Nicht alte Opa. Wolltest du mich verarschen? Nein, wir wollen dich nicht verarschen. Ich bin dir ehrlich. Ich muss auch alte Oma kommen. Ich bin gerade der alte Opa, aber ich muss zur alten Oma gehen. Weißt du Alte? Wo ist das? Diese lustige Sache sollst du auf Maiki essen, nicht mehr. Was? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir alle? Ich bin hier. Was ist alle? Bei diesem Park? Bei diesem Park? Ich komme, ich hole dich ab. Weißt du welchen Park? Nein. Shadokan ist da, Leute. Seht ihr den? Shadokan, grüße deinen Fans. Alle Kase. Warum machst du keine Seiten auf Null? Nur mal. Gurda, warum sind wir immer hier? Oder warum sind wir überhaupt so zur Zeit unterwegs? Wie gesagt, gib euch Zeit. Guckt einfach zu. So, trinkt marokkanische Tee und wartet ab. Genießt die Show. Genießt die Show, genau. Es wird, es wartet noch. Schneidet es, ja? Wartet ab, ich höre. Gebt euch Zeit. Guckt euch die Videos an. Liked die Videos. Ihr wisst ihr Scheidt. Dann kommt ein brutales Video. Weißt du? Nein. Halt deine Fresse! Was los mit dir? Ich kann nicht mal reden. Halt deine Fresse mit deinen 5 Euro gefälschten Taschen. Was willst du mir sagen? Er musste heute wieder mal mit der Bahn fahren, weil er wieder verschlafen hat. Das Ding ist, der Typ hinter mir, ja? Wenn ich sage, Leute, am nächsten Tag um 8 Uhr muss ich losfahren. Okay. Okay? Wir und ihm auch. Ich muss dich anrufen. Wie? Du sollst nicht wissen, dass du da bist. Wie? Ich muss dich anrufen. Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, am vorherigen Tag um 8 Uhr, Leute, muss ich losfahren. Okay? Okay. Ich habe schon so viel ist um die Ohren. Ich habe Sachen zu erledigen. Er schreibt mir morgens um 7 Uhr, nachdem ich wach bin, auf mein Handy gucke, schreibt er mir drei, vier Mal. Okay. Ist nicht in deinem Kopf. Das muss ich gerade machen. Schreibt er mir drei, vier Mal. Kommst du? Ich bin wach. Ich warte auf dich. Ich sage, okay. Von ihm keine einzige Nachricht. Das heißt für mich, dass er noch schläft. Was schläft? Weil wenn du wach wärst um diese Uhrzeit, was du eigentlich nie machst, dann weiß ich, weißt du, oh, jetzt muss ich ihm schreiben. Und heute hat er geschlafen, weil er bis morgens 5 Uhr live ist bei TikTok. Und jetzt muss er wieder Bahn fahren. Wer nicht hört, muss fühlen. Oder? Der rund eine Kilometer entfernt. Aber wir haben schon gesprochen. Ja, genau. Einen Tag vorher. Ja. Ich hole dich ab um 8 Uhr. Ja. Und dann bin ich wach. Warst du wach? Nein. Warst du wach? Ich war wach. Ich war wach. Ich war wach. Warum hast du nicht geschrieben? Ich dachte, du kommst jetzt. Ich hab schnell durch ihn gegangen. Guck mal, deine Augen lügen doch gerade. Guck mal, wie ihr grinst. Konnten sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Nein. Du weißt, dass es hart ist. Kleine... Halbibir. Das ist noch ein Kandidat, die eigentlich um 13 Uhr erscheinen sollte. Ne, um 11. Um 13 Uhr geschrieben hat. Und um 21 Uhr antast. Ja, ich hatte ein paar Terminschen, Leute. Ja. Was für Terminschen. Jugendamt. Wie findest du das Auto, Sonja? Es ist so wild. Es ist so wild. Es ist so wild. Es ist so wild. Aber kann man nicht leisen? Ja, du kannst ihn nicht leisen. Du kannst auch nicht leisen. Ich kann mit mir. Diskutier nicht mit mir. Du diskutierst die ganze Zeit. Wie heißt das Auto? Abdelrahim Black Edition. Was? Abdelrahim Black Edition. Wegen einer Kohle haben wir eine komplette Weltreise gemacht. Wir haben für eine Kohle anderthalb Stunden gebraucht. Ladies first. Scheiße hinterher. Ey, Leute. Komm rein. Ey, wir sind ja rein. Ey, bist du seit 2 Stunden live? Ja. Bei dir live? 300 Menschen. Ich kann jetzt 400. Ich kann die doch mal schon ein Stück lassen. Bei Sunja, live bei Sunja. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mir ein Weh gedrückt. Nummer. Kilos. Dressen. Ich habe mich mit diesen 2. Die schreien. Die lieben. Ey, weil ihr seid live dabei. In einem YouTube-Video, Leute. Das ist krass. Sonja, Fame. Hä? Das ist Fame-Gruhe. Nein, so was. Sag mal auf mich. Das ist meine Habit. Ich liebe euch. Nummer. Ja, Leute. Findet ihr es eh knapp. Zeig mal. Lass es so, lass es so. Ich will gucken. Nein. Mein Doppelknie. Warte mal. Komm mal ganz kurz in die Kamera. Was hast du gesagt? Meine Doppelknie. Ich habe fette Doppelknie alle. Was hast du? Doppelknie. 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 Doppelknie, gell? Doppelknie. Das heißt Doppelknie, gell? Ja. Warum nacht ich? Meine Jaramara. Ok, aber wo ist dein Knie? Doppelknie. Wo ist dein Knie? Hier. Aber wo ist dein Knie eigentlich? Und warum hast du doppelt? Weil ich Doppelknie habe für Alkohol. Doppelknie. Normal, Alter. Scheiße. Also ey Kamera. Ey du F***. Wenn du das siehst, gell? Falle, wag dich einmal vor meine Fresse. Sonja. Bache. Normal. Ja dann komm, was sag hier. Ja. Tschüss, dein Zeit ist vorbei. Hey guck mal. Wie ist das? Guck mal, ich sag euch, wie ist das bei mir? 2 Minuten? Okay. Du fischst doch deine geile Glatze. Ab. Aslak öffne die Höllenfahrt. Ich bin der Zuhälter. Deutscher Rap ist mein Bordell. Ok. Rap am Mitteln. Was haben wir? Rap am Traut. Rap am Zipi. 30 Sekunden hat Scharokan. Let's go. Ey yo. Uns ist Türkiä. Wir numera. Wenn wir Araba. Werden geliubo para. Kahse. Cokparalase. Hier. Mit kleinen Mädchen. Kannst du nicht mit mir diskutieren? Wer bist du? 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 Oh shit, Digga. Das ist nur. Okay. Weil das so. Man sagt ja, bei Rap ist es sportlich. Du darfst auch. Ich bin Sultan. Der aus Frankfurt. Ich erzähle was über mein Leben. 15 Jahre alt in Deutschland. Ohne Familie, ohne Geld. Erster Schulzeit. Ich sollte mich vorstellen. Ich sollte mich sofort freuen. Wie sollte ich mich vorstellen? Huren. Mathelehrer kommt rein. Ich gehe in die Pause. Rauche ich meine Kippe. Der mich fühlen nützt. Trotzdem bin ich ein Taliban. Ich schieße auf jeden einen. Bam. Baaaam! Ja gucke! Was? Was? Kommunisch mit Taliban, du kleiner Chichel. Alter, Alter! Oh, bitch, bald, bitch, bald! Okay, Bruder, ich glaube, wir müssen hier abbrechen, Bruder, es wird zu wild. Ich bin krank, ich bin krank. Ey, Bruder, ich kann nicht rappen, aber bald, ich schreibe Texte und danach kocht ein Rap Musik. Ich bin Ghostwriter für Sonja. Ey, war Manager, ey, war, äh, Leader, äh, äh, Sonnt, Mann. Autotune. Autotune. Ladies and gentlemen, gute Nacht, ich geh jetzt fett rippen, ich muss Tijana machen kurz unter und danach kommen wir wieder hin. No, Mann! Warte, ich geb jetzt, äh, äh, Fatih im Mund. Fatih im Mund, habt ihr gehört, der gibt Fatih im Mund. Hahaha! Ich hau Müll! Der macht mir einfach gut! Der sagt der Frau, Pumping Monkey, Schadokan ist auch dabei. Nein, ey, Zwilling, Bruder! Bruder, meinst du nur, oder ich bin schneller? Du hast keine Chance, morroch! Ich nehm alles auseinander, morroch! Und dann nöte, schadok Soc. Weg geht, oh ja, righteousness. Ja, ist gut, schadok кол! Bis zum nächsten Mal.